Moin Leute, hier ist Tim und es geht weiter mit meinen Kaufberatungsvideos. Heute nicht direkt im Zusammenhang mit einer bestimmten Preiskategorie, sondern ich habe mir mal Gedanken gemacht, wie viel muss man eigentlich mindestens derzeit ausgeben, wenn man einen tauglichen Gaming-PC mit einer RTX 3080 zusammenstellen möchte. Und da seid vor allem auch ihr gefragt, denn ich würde mich mal brennend dafür interessieren, was ihr zu dieser Zusammenstellung sagt, ob ihr da der Meinung seid, dass dort zu sehr gespart wurde, dass man bessere Komponenten bräuchte für einen Gaming-PC mit einer RTX 3080 oder ob man das vielleicht noch günstiger hinbekommen würde. Also schreibt es gerne mal in die Kommentare, schaut euch mal die Liste an. Die Komponenten sind auch wieder in der Guide-Sites-Wunschliste verlinkt. Unten könnt ihr auch direkt einmal reinschauen und da würde mich mal interessieren, was ihr zu der Zusammenstellung sagt. Bei CDK-Deals findest du nicht nur günstige Game-Keys, sondern auch Keys für Microsoft-Produkte wie Office oder Windows. Solltest du für deinen Gaming-PC noch einen Windows 10 oder 11 Key brauchen, dann schau am besten bei CDK-Deals vorbei, denn mit meinem exklusiven Code GHD20 sparst du 30% auf deinen Einkauf. Damit kostet dich ein Windows 10 Pro Key gerade mal 14 Euro. Und mit dem lässt sich sogar auch Windows 11 aktivieren oder darauf upgraden. Sicher bezahlen kannst du unter anderem mit Paypal und nach deiner Bezahlung solltest du innerhalb von 5 Minuten Zugriff auf deinen Windows Key über dein Benutzerkonto erhalten. Ich selbst habe auch schon mehrfach Keys bei CDK-Deals gekauft und diese ließen sich anschließend immer ohne Probleme in den Windows-Einstellungen aktivieren. Links zu CDK-Deals findest du in der Videobeschreibung. Da die Grafikkartenpreise ja etwas runtergegangen sind in letzter Zeit, habe ich mich mal gefragt, wie viel Geld man denn mindestens in die Hand nehmen müsste, wenn man sich jetzt einen vernünftigen Gaming-PC mit einer RTX 3080 zusammenstellen möchte. Und mit vernünftig meine ich einfach einen PC, der in Verbindung mit der 3080 vernünftig funktioniert, dass man kein CPU-Bottleneck hat oder sowas, dass man die Performance der 3080 voll ausnutzen kann. Lautstärke oder so oder Design spielen hier jetzt keine Rolle, sondern wir achten hier jetzt knallhart auf das Preis-Leistungs-Verhältnis und wollen möglichst günstig einen Gaming-PC mit einer RTX 3080 zusammenstellen. Was ich mir da so überlegt habe, ist folgendes. Ich bin der Meinung, dass bei der CPU ein Intel Core i5-11400F eigentlich ausreichend sein müsste. Das hat folgende Gründe. Erstens gehe ich davon aus, dass man, wenn man sich ein System mit einer RTX 3080 zusammenstellt oder dafür interessiert, mindestens in 1440p-Auflösung spielt. Das heißt, für diese Auflösung brauchen wir keine superschnelle CPU in Verbindung mit einer 3080, da wir uns dort eher im GPU-Limit bewegen. Und deswegen reichen die 5-11400F aus. Bei mir im Test, im letzten CPU-Test, den ich hatte, wo ich auch Benchmarks mit dem i5-11400F gemacht habe, hat sich gezeigt, dass in 1440p die Performance-Einbuße im Vergleich zu einer High-End-CPU wie einem Intel Core i9 gerade einmal bei 5% liegt. In 4K haben wir quasi sogar gar keinen Unterschied. Man sieht, hier reichen sowohl die neuen 11900K als auch der i5-11400 bei der 80FPS. Lediglich in Full-HD wäre das problematisch, denn hier bottleneckt der i5-11400 dann schon etwas. Aber man muss auch dazu sagen, mit einer brandaktuellen CPU wie dem i7-12700KF würde man noch ein paar FPS mehr aus der RTX 3080 rausquetschen können. Trotzdem bin ich der Meinung, dass diese 5% Performance-Einbuße in 1440p durchaus verschmerzbar ist, dafür, dass man ansonsten relativ viel Geld spart. Dann ist natürlich der i5-11400F relativ günstig zu bekommen. Die CPU kostet derzeit etwa 150 Euro und das ist wirklich gerade für so einen RTX 3080 PC relativ günstig für die CPU. Als Mainboard würde ich dann ein B560-Mainboard dazu empfehlen. Da habe ich mich jetzt für das Gigabyte B560M Aorus Elite entschieden. Das ist jetzt nicht das allergünstigste Mainboard. Ich handhabe es aber eigentlich immer so, dass ich von extrem billigen Mainboards abrate, da das Mainboard quasi die Komponente ist, die ja unser gesamtes System miteinander verbindet. Und das sollte schon von der Qualität etwas ordentliches sein, auch wenn wir hier jetzt sehr, sehr stark auf das Preis-Leistungs-Verhältnis achten. Und das Gigabyte B560M Aorus Elite ist jetzt auch noch eines der günstigeren Mainboards. Das kostet knapp über 100 Euro und sollte im Zusammenspiel mit dem i5-11400F und unserer RTX 3080 sehr gut funktionieren. Apropos RTX 3080. Um welche Grafikkarte geht es denn und wie teuer ist die RTX 3080 denn im Moment? Aktuell, zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos, kostet die günstigste RTX 3080 bei uns auf dem Markt 1200 Euro. Das ist die Trinity OC von Zotec. Das ist nicht das beste Custom-Modell. Die Grafikkarte gehört nicht zu den leisesten, aber das soll ja auch nicht der Fokus bei diesem Video sein. Mit 1200 Euro bzw. 1199 Euro ist sie aber mit Abstand die günstigste RTX 3080, die man derzeit bekommt. Und wer weiß, wenn sich der Trend fortsetzt, vielleicht werden die Preise ja noch etwas günstiger. Aber 1200 Euro muss man derzeit für eine neue RTX 3080 hinlegen. Und das wäre in diesem Fall die Trinity OC von Zotec. Als Arbeitsspeicher sollte man bei einem Gaming-PC in dieser Leistungsklasse tatsächlich mittlerweile 32 GB am Start haben. 16 GB können in manchen Spielen zu Performance-Problemen führen. Und deswegen würde ich hier ein möglichst günstiges 32 GB Kit empfehlen. Derzeit ist ein 32 GB Kit von Crucial in weiß im Angebot mit einer Taktfrequenz von 3000 MHz, was hier für unser System auch schnell genug ist. Und das Kit kostet gerade mal knapp über 100 Euro. Und das ist wirklich sehr, sehr günstig für ein vernünftiges 32 GB Kit. Sollte das nicht mehr im Angebot sein, gibt es aber auch noch andere Kits wie die G-Skill EGIS Kits, die auf einem ähnlichen Preisniveau liegen. Die könnte man theoretisch für dieses System auch verwenden. Und ja, da haben wir wieder ein paar Euro an Geld gespart, wenn man jetzt dieses Kit so im Angebot bekommt. Klar, ein weißes RAM-Kit passt jetzt optisch nicht so wirklich zu den restlichen Komponenten. Aber wie gesagt, das spielt hier ja keine Rolle und ist für diese Zusammenstellung jetzt tatsächlich egal. Als SSD habe ich dann die Crucial P2 wieder reingepackt mit einem Terabyte Kapazität. Das sollte erstmal ausreichen. Das ist nicht die schnellste M.2 PCI Express SSD. Aber schnell genug für unser System und im Vergleich zu höherwertigen SSDs sollte man da eigentlich kaum Unterschied merken. Eins der günstigsten M.2 PCI Express Modelle derzeit auf dem Markt mit etwa 75 Euro. Und das sollte eigentlich für unseren, ich nenne es mal Budget, RTX 3080 PC auf jeden Fall ausreichen. Als Netzteil wäre dann meine Empfehlung das BeQuiet System Power 9 CM mit 700 Watt. Das ist das leistungsstärkste Netzteil aus der BeQuiet System Power 9 Serie. Kostet etwa 75 Euro und 700 Watt reichen auf jeden Fall für dieses RTX 3080 System aus. Da haben wir auch noch ein bisschen Puffer nach oben. Da braucht man sich eigentlich keine Sorgen machen. Und ich habe uns jetzt sogar für das System hier ein Kabelmanagement-Netzteil gegönnt, damit einfach der Zusammenbau und das Kabelmanagement etwas leichter vonstatten geht und wir auch ein besser aufgeräumtes Case haben für besseren Airflow und dementsprechend niedrigere Temperaturen und eine geringere Lautstärke. Da wir ja schon mit der RTX 3080 hier im Gehäuse relativ viel Abwärme produzieren und die Zotac Trinity OC ja eh schon nicht die leiseste Grafikkarte ist. Aber theoretisch könnte man beim Netzteil noch ein paar Euro sparen. Viel weiter runter kommt man aber auch nicht, wenn man Kabelmanagement weglässt. Also da ist denke ich schon das System Power 9 CM von BeQuiet wirklich vom Preis-Leistungs-Verhältnis eine sehr, sehr gute Wahl. Als CPU-Kühler für den i5-11400F wäre dann theoretisch der Boxkühler auch ausreichend. Ich würde da aber tatsächlich abraten hier bei dem System, da wir wie gesagt eine sehr leistungsstarke Grafikkarte haben. Deshalb habe ich den Arctic Freezer 34 hier wieder mit reingenommen für etwa 25 Euro. Der sollte auf jeden Fall für eine ausreichende Kühlung bei der CPU sorgen. Dann stellt sich natürlich noch die Frage, was für ein Gehäuse nimmt man. Bei Micro-ATX Builds empfehle ich meistens das Cooling Citadel. Das ist aber nicht das beste Case vom Airflow. Deswegen habe ich mich jetzt mal für ein anderes Gehäuse entschieden. Und zwar habe ich jetzt einfach mal das Silencium PC Signum SG1-TG mit reingenommen. Das kostet 55 Euro, ist also ein paar Euro teurer. Hat auch schon zwei Lüfter vorinstalliert, 200 mm Lüfter, einen vorne, einen hinten. Und mit den beiden Lüftern würde ich das erstmal so probieren und schauen, ob das von der Thermic alles so passt und funktioniert. Da müssen wir nämlich keine extra Lüfter mit dazu kaufen. Es handelt sich um einen Standard-ATX-Case. Wir haben hier aber nur ein Micro-ATX-Mainboard jetzt in der Zusammenstellung. Macht aber nichts, das ist trotzdem miteinander kompatibel. Sieht nur ein bisschen komisch aus. Aber mir war es wichtig, hier jetzt einen Standard-ATX-Case zu nehmen, damit wir wirklich ein bisschen mehr Spielraum bei der Kühlung haben, mehr Luft bewegen können im Case und somit die Temperaturen in Verbindung mit der RTX 3080 nicht zu hoch werden. Sollte das mit den zwei Lüftern nicht funktionieren, würde ich empfehlen, noch zwei Arctic P12 Lüfter mit dazu zu kaufen. Die kosten derzeit gerade mal um die knapp 4 Euro, sind sogar runtergesetzt im Moment. Also das ist wirklich ein Witz und das sind wirklich sehr, sehr gute 120-Millimeter-Lüfter. Davon knallt man dann einen vorne noch rein und den anderen hinten oben und dann sollte man auf jeden Fall ausreichend Airflow im Gehäuse haben, sodass man keine thermischen Probleme bekommt. Insgesamt landen wir dann mit dieser Zusammenstellung bei exakt 1.800 Euro. Und ich finde, das ist wirklich für die heutigen Verhältnisse ein akzeptabler Preis für einen aktuellen Gaming-PC nagelneu mit einer RTX 3080. Vor einigen Monaten hätte man für dasselbe System wahrscheinlich noch weit über 2.000 Euro bezahlt. Und wenn man sich einfach mal vor Augen führt, dass die RTX 3080 leistungstechnisch ja nicht weit hinter der RTX 3080 Ti liegt, welche als unverbindliche Preisempfehlung ja schon 1.200 Euro kostet, naja, dann kann man sich das Ganze natürlich ein bisschen schönreden und sagen, okay, so teuer ist dieser Gaming-PC jetzt eigentlich gar nicht. Aber ich hätte tatsächlich, glaube ich, eher damit gerechnet, dass man auch heute noch mehr für einen Gaming-PC mit einer RTX 3080 ausgeben muss. Das wäre auf jeden Fall so meine Empfehlung, wenn man jetzt auf der Suche ist nach einem Gaming-PC mit einer RTX 3080, der ansonsten maximal günstig sein soll. Wie gesagt, die Komponenten findet ihr nochmal in der Geilzeitswunschliste in der Videobeschreibung. Und hier würde mich jetzt eure Meinung, wie gesagt, auch gerne mal interessieren, da ich normalerweise für einen Gaming-PC in dieser Preisklasse teilweise andere und noch höherwertigere Komponenten empfohlen oder genommen hätte, da ich eigentlich der Meinung bin, wer 1.800 Euro für einen Gaming-PC übrig hat, der kann vielleicht auch noch 100 bis 200 Euro mehr hinlegen und sich dann wirklich einen richtig coolen, schicken und hochwertigen Gaming-PC zusammenstellen, wo man jetzt nicht auf jeden Cent achten muss. Aber schreibt es gerne mal in die Kommentare, wie ihr das seht, ob ihr der Meinung seid, dass hier zu viel gespart wurde in der Konfiguration oder ob man vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch etwas mehr sparen könnte. Also wenn du dich auskennst, schreib es gerne mal in die Kommentare, würde mich brennend interessieren. Ansonsten war es das mit meiner Kaufberatung für einen möglichst günstigen Gaming-PC mit einer RTX 3080. Und vielleicht nochmal zum Schluss der Hinweis, weil das oft auch so untergeht, ich habe das am Anfang des Videos schon erwähnt, ich gehe hier jetzt davon aus, dass man in 1440p spielt, da in einer Auflösung von mindestens 1440p die CPU keine so große Rolle spielt und wir uns das deswegen leisten können, hier auf einen günstigen i5 zu setzen. Wenn man denn Full HD spielen würde und richtig viel FPS haben möchte in seinen Games, über 144 FPS oder sowas, dann wäre der i5-11400F hier nicht die richtige Wahl, denn da bottleneckt der eine RTX 3080 dann schon ordentlich. Also dieses System kommt wirklich nur für Leute in Frage, die mindestens in 1440p spielen. Das wollte ich nochmal gesagt haben zum Schluss und ansonsten war es das jetzt von mir. Ich bin raus, haut rein!